Die Gesellschaft wartet auf die Einschiffung nach Kithera und auf ein amoröses Abenteuer. Denn Kithera oder Zypern war nach der antiken Geschichte, auf die hier angespielt wird, eine Liebesinsel. Allerdings spielt die Szene nicht in der Antike. Wir sind mitten im Rokoko, wie man an den Kleidern sehen kann. Thematisch bezieht sich Watteau auf ein Theaterstück von Dancourt mit dem Titel Les Trois Cousines. Auch in seiner Bildkomposition verweist Watteau auf das Theaterstück. Die drei etwas unschlüssigen Mädchen stehen zum Beispiel, wie auf einer Bühne frontal zu uns, zum Publikum gewandt. Warum zögern sie? Im Stück heißt es, kommt mit uns auf die Pilgerfahrt nach Kithera. Kein junges Mädchen, das von dort ohne Geliebten oder Ehemann zurückkehrt. Dancourt hatte den antiken Stoff zu einer etwas schlüpfrigen Komödie umgearbeitet und gleich noch das christliche Motiv der Pilgerfahrt in die Handlung integriert. Eine Pilgerfahrt zur Insel der Liebesgöttin entsprach zwar nicht den Moralvorstellungen der Kirche, aber aufs Beste der Galanten, ja oft frivolen Atmosphäre des höfischen Rokoko. Untertitelung des ZDF für funk, 2017